Die Zahlen 20 bis 100 20 Nach der Zahl 20 werden die nachfolgenden Zahlen mit einem UND verbunden. Die kleinere Zahl wird immer zuerst genannt. Von der Zahl 1 fällt das S weg. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Die gleiche Methode wird bei allen weiteren Zahlen angewandt. Drei der Zahlen haben eine veränderte Schreibweise. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 In der USA darf man erst ab 21 Jahren Alkohol trinken. Sie wird heute 30. Das ist ein runder Geburtstag. Ein Jahr besteht aus 12 Monaten oder 52 Wochen. Er hat die Schuhgröße 47. Die Mauer ist 69 Kilometer lang.